Das Problem ist nicht, dass Christian Lindner nicht gut darin wäre, zuständig zu sein. Das Problem ist, dass er offenbar für andere Dinge zuständig ist, als er offiziell behauptet. Ich glaube zum Beispiel, dass Oliver Blume, der Porsche-Chef, ein sehr glücklicher Mann ist. Weil Christian Lindner offenbar dafür zuständig ist, dass Oliver Blume, der Porsche-Chef, ein sehr glücklicher Mann ist.